so ein wunderschönen guten nachmittag liebe leute und willkommen zu overwatch ja es ist jetzt schon wieder fast 15 uhr und eigentlich wollte ich früher anfangen ich bin schon wieder fast fünf stunden wach wenn ich schon fünf stunden nein nee fast fünf stunden bin irgendwo kurz nach 10 uhr aufgestanden und er ist jetzt irgendwie dazu gekommen live zu gehen und overwatch anzumachen naja muss ich mal ändern also dass ich mal wieder bisschen mehr mache aber das wird jetzt schwierig bis zum ende dass wir uns jetzt noch irgendwie was lol ich hatte noch den tracking beim respawn lol ich werde meine ehre wieder herstellen deadly pants ok nepal haben wir schon also bis jetzt oder noch ok ich bin schon wieder rum ja da mercy ich passe auf euch auf mieter tatze coole name ich denke es ist ganz gut dass du mir den rücken frei hältst vielen dank der kleine nager freut sich auf dem kampf heißwacht kommt sofort hey ich fühle mich wie neugebogen ich kette dich mit und sieh sie können ich kenne nicht ha 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 Ich wäre fast reingelaufen Der Bordok stirbt schon wieder fast Krass Wut 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 Ja das was Zerrex kann gerade Wut Der konnte jetzt Münsternd was machen Gesund und runter Ja das sieht Schrecklich aus gerade Dann wollen wir dich mal zusammen Wenn wir zusammen bei sie Durchschreitet Die Iris Das ist doch nicht das Ende Ah die haben eine gute Hand so wirklich Ach die sind da vorne Du solltest nicht das mal kämpfen Bis da ab Ach schade Hin wieder auf den Beinen Na verdammt nochmal Na verdammt nochmal Komm Taktische Schutzbrille aktiviert Helden sterben Vitaminspritze gefällt Oh Ja Haha Das sind die Aus Das sind die Hühner Auf Das sind die Autos Hühner Die 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 So ist schreitig, so wie sie ihn kosten. Ah, schade War aber ne gute Runde jetzt Mal sehen, ob wir in der zweiten Runde noch was daraus holen können Naughty death Wie viele habe ich jetzt schon wieder überlebt? Vier, ok Feind gezichtet Wir sind ein super Team An deine Sache Bin unterwegs Bin unterwegs Jetzt kopieren die unser Team Na komm, du schaffst das Dann wollen wir dich mal zusammen Jetzt ist es zu spät, vielleicht doch Wenn du jetzt noch was, bist du Du solltest nicht gegen das mal kämpfen, bis der Arzt kommt Du bist wie der Liedsdorf Oh, danke Vorsicht, Leute Jetzt wird's frostig Einstrahlen aktiviert Ja, das ist kritisch, oder? Helfen sterben nicht Ich päppel dich wieder Taktische Schutfälle aktiviert Vorsicht, Sperrgebiet Nachflocken Schade Es sieht aber gut voraussetzt Whoops Ja, schön Ah, verdammt noch mal Ich wollte gerade noch mich verstecken, damit er mich nicht mehr trifft Aber egal, wir haben die Runde gewonnen Das könnte noch interessant werden Mal sehen Hallo Oh Oh Ich bin nicht dein Vater Ich weiß nicht, warum ich mir die ganze Mühe mache Schaden zu uns Sie sich denn heute, wenn sie euch warm anziehen Also ich muss schon sagen Von Ventus kennen Ist das, was Mercy anhat Weiß ich nicht Bissern wenig Oh Hamster Was ist denn der Hamster jetzt? Ist er tot? Das ist gut Das gute ist ja, die alle können sich fast selber eine alle Nur der Wreckingball nicht Nur der Wreckingball nicht In der Oh Ja Es ist gut Genau Ein Sekitarum Aktiviert Oh, die sind ein super Team. Die Stunde hat geschlagen. Vorsicht, Leute. Jetzt wird es auf sich. Nice. Easy, schön. Highlight des Spiels. Ich hab dich im Visier. Oh, nice zusammenspiel, ja, cool. Oh, ja gut, fast 13.000 Heilungen, ist okay. Schön. Das war ein gutes Spiel jetzt. Ja, ja, ja. F zur nächsten Runde. Jetzt hab ich gar nicht geschafft, wie oft ich als Möster gestorben bin, aber eigentlich nicht so wirklich oft. Gut, die erste Runde haben wir irgendwie verkackt, weil der Hanse da einfach zu gut war, aber ich weiß nicht, warum. In der zweiten Runde war, glaube ich, auch nochmal der Hanse da, aber in der dritten Runde nicht mehr, äh, ob der jetzt ein Spieler ausgewählt wurde, ob er rausgegangen ist, oder ob er jetzt einen anderen Held ausgewählt hat, keine Ahnung, aber da lief's dann nicht mehr so wirklich. Okay. Same game again fast. Ja gut, ähm, der Wrecking Ball ist gleich, ja. Die Kinder jetzt sich nicht selber hauen, also Symmetra, wenn sie bei ihren Selbstschusserlern bleibt, kann sie sich zum Teil wieder selbst zaubern. Ein Teleporter ist online und zu Benutzung freigegeben. Mal sehen, wie viel heute wieder zu tun ist. Hallo, keine Kraft ausdrücken, wie tun Sie sich denn heute? Ein kleiner Ziel, wenn jeder seine Position erfüllt, und im Leben kommt es eben auf die kleinen Zeit, so viel Spaß ist ungesund. Schade zu sterben. Ein kleiner, sich nicht am schlechtem Tier, drei, zwei, eins, zum Angreifer nähern sich. Verteidigen Sie Zielpunkt A. Mach sie plott. Ich habe den Feind lokalisiert. Du solltest nicht jedes Mal kämpfen, bis der Angst kommt. Wow. Die Schlacht geht weiter. Jo, okay, dann werden wir gerade zerstört. Neue Verteidigungsposition, wieder in Einsatz. Heilung aktiviert. Noch einer Dörrer für euch nicht schläft. Relem aktiviert. Schaden verstärkt. Entschuldigung. 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 Der Kriegler zur Stelle. Entschuldigung. Entschuldigung. Die Entschlossenheit ist ein Schatz. Die Realität hat das Welt durch. Meinem Willen. Da hat sie sich selber zerstört. Junge, wo du läufst dir denn hin, ey? Da, na so, geil Jetzt ist es für Spitzleistungen kein Muss mehr Heilstrahl aktiviert Die Helden sterben Okay, guck, dieses Merse-Battle in der Luft, ey Nice Ich hab gar nicht gesehen, dass die auch eine Merse haben Lol Mal sehen, ob wir das zumindest noch defenden können Oh, nice Oh, das ist super, Hennel, gerade Ja, komm, wir müssen, äh Jetzt kommen wir hinterher unser Team, ey Nein Nein Oh, das ist gut Ah, jetzt hat sie mich bekommen, schade Ich hab jetzt schon tausend Schaden gemacht, krass Was ist das für eine Melodie? Was ist das für eine Melodie? Was ist das für eine Melodie? 29 ist der Typ Oh, nee, 20 Von den Spielstufen Ach, verdammt nochmal Ach, verdammt nochmal Ach, die Wunder der modernen Medizin Vitaminstritte gefällig? Noch 60 Sekunden. Tschüss. Nice Easy Nee der ist schon voll okay Ja schön wir haben gewonnen Die haben das erste Zielpunkt so schnell eingekommen Eingenommen und jetzt konnten die den Punkt nicht mehr einnehmen Oh schön Not to death hatten wir den schon in der letzten Runde Hm Hm Er hat doch unten geholfen Er will ja eh nicht okay Oh gut Ah wir finden echt schnell was das ist nice So gefällt mir das Machen Sie sich bereit zum Angriff Wählen Sie Ihren Helden Viole Prinzessin okay Crazy Cat Das ist aber nicht die gleiche oder Hier muss man gucken dann ob ich überhaupt einen guten Spruch mit Messer habe Einen guten Winterspruch Das soll ein Winter sein? Fünf Vier Drei Zwei Töne Tut mir eins So leid Doch Ich bin Mitsubliefer Töne Ich habe nicht meinen Job Schiff Ich bin's Ich bin's Töne 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 naja die machen schaden ach da ist es in die metra teile okay habe ich gar nicht gemerkt schade oh gott die ganzen simitra teile selbst schlossanlagen überall ich habe schon zirberschaden jetzt am grund oh wow ein bisschen zu früh gemacht shit wie der hat jetzt oder hat er gar nicht seine ulte gemacht ich werde mich niemals ergeben sie erreichen gerade irgendwie nichts das geht so nett das geht so nett ja 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 schmutz ey ok die sind zu gut gerade optimative fähigkeit bereit gravidon bombe bereit nehmt das ziel ein ja komm greif an man ja ich habe alleine absolut keine chance und die anderen kommen irgendwie nicht durch unglaublich wenn wir mal richtig zusammenspielen würden dann würde das schon klappen ja ich werde mich niemals ergeben ja das ist ein witz ich bin perfekt zusammen und bei uns fehlt es gerade irgendwie meine güte im tier zusammen spiel heilige schoss ja ja da waren wir wurden wir total auseinander genommen da sind ja die stunde hat geschlagen Welches level war der und 20 gott das war ja gut Wow ich hab nur was ich habe am ende nur tieffortschritt zeit groß gemacht ja ich konnte ja auch komm scham machen oder irgendwas ausrichten als wir einfach viel zu schnell gestorben sind Willkommen in Hollywood Beziehen sie in Verteidigungsstelle Ah support spielen wir jetzt okay Pfff ey was die ja alle Mäzener da haben Ich passe auf euch aus Was gibt's da zum Glanz So muss das Angreifer in 30 Sekunden erwartet Junge ey ich glaube nicht dass es wirklich eine gute idee ist sich hier zu verstecken also Hier zusammen Ne bleibt da Ja ne war absolut keine gute idee Du solltest nicht jedes Mal kämpfen bis der Arzt kommt Triple A Okay war doch nicht so gut Stufe 4 ey was ist das Reinhardt zu euren Diensten Krass Ich bin wieder auf den Beinen Mh die haben ein Bastion Silber Heilung Okay dann hab 10er Turbis jetzt mehr gehört So ein Schmutz ey was ist das Ich bin wieder auf den Beinen Ach Meine Hand ist über ab Noch mal von vorn Dann Volt sammelt euch hier Dann Volt sammelt euch hier Schau mir wieder zu sehen Leite selten Zerstörungssequenz ein das ist jetzt richtig scheiße was sind das für levels ist Ich kümmere mich um dich. Geht ihr mir auch bitte gefällig? Held, sterbe nicht. Spür die reißende Kraft. Bitte bald zu jung. Irgendwann, ich halte Ruhe heute. Ich muss da hin, wo ich gebraucht werde. Ja, gut. Ne, dann kann man nicht mehr roten. Schmutz, ey. Ich hätte fast ein bisschen rausgenommen. Oh, die Wurst geht ab. Hallo? Ach, Schmutz. Ah, die Diebe ist auch nicht schlecht. Ich bin wieder auf den Beinen. Ach so. Oh, was macht er da? Nee, hat nichts gebracht, ey. Wir werden total zu stark gerade. Hört niemals auf, für eure Überzeugungen zu kämpfen. Oh, was gibt's doch? Oh. Wir verrieren, was wir tun? Oh. Oh, was ist das? Oh. 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 Okay Ach, Dreck Ja, haben wir Haben wir verloren Wundet so gut Ich verstehe das halt mit dem Level überhaupt nicht Wenn wir jetzt solche Runden bekommen Ach, ne Ich hab den anderen Reiner, der zu Neuker geben wollte ich gar nicht No die hat nur zwei sprüche interessant und eine habe ich da schon ich habe dringend ferien nötig ich werde dich du mir okay es ist Und wir dürfen Tanks spielen, ja egal. Dann nehme ich direkt Wrecking Ball. Wow, in einem Monat müsste er eigentlich schon wieder das nächste Event sein, eigentlich. Denk ich. Und wir dürfen Tanks spielen, ja egal. Angriff aufziehen. Wir sind nicht in Dichkeit. Wir sind nicht in Dichkeit. Jetzt kann es gehen. Reiniger. Das Systeme bereit. Wir generative Schuhe aktiviert. Neuer Champion. Oh nein, die haben mich noch zerstört Ich habe Silverschaden Joll Schmutz! 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 Oh, Cavio! Was das ist hier korrekt? Wir gehen! Arktiere Schilden! Schmutz die heilende Ruhe! Systeme repariert. Ach komm, das gibt's doch nicht. Ich schaffe es einfach nicht, den Lucio zu treffen und zu töten. Trefferquote 29%, ja klar. Joa, das war jetzt schlecht von mir eigentlich. Oh gut. Ja, ich mach jetzt mal alles schön kaputt, ey. Oh wow, diesen Raum bin ich jetzt eigentlich, hab ich noch nicht so beobachtet, äh, begutachtet. Trissant. 4, 3, 2, 1, Runde 2, nehmen Sie die Cs an ein. Na die Möp. Maximale Geschwindigkeit. Ok, das ist ja ein Fluss. Der Zielpunkt ist jetzt aktiv. Okay, das war dumm. Heilige Scheiße, wie habe ich das so alles überlebt? Ah, das Teamplay ist einfach zu gut gerade. Bonanza. Systeme initialisiert. Der Hamster sagt, danke. Stoß. Systeme initialisiert. Kontinuierende Schämeerung durch ein Stück Stift. In was? Die Autokampfspunde erfolgt nach dem Kampf. Was? Schade, okay. Egal, es hat die Tür was gebracht. Ich wollte eigentlich meine U-Tür setzen, damit ich sie aufhalte. Highlight des Spiels. Tja, easy. Die haben wir Zerstörer. Ach, ja. Oh, ja, 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 oder? Okay, wir haben uns tatsächlich auf die nächste Stufe gebracht. Schön, ihr dacht doch nicht, dass wir jetzt so viele ÖV bekommen. Ein Zusammenspiel haben wir bekommen. Cool. Ah, mal schauen. Hat die nicht noch einen anderen Wanddisken? Nö. Gut, hey, das wäre auch noch was. Okay. Unterwegs zu Wolfskaya Industries. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Hm, okay. Natürlich nimmt der Senator. Warte. Oder? Äh, doch. Komm. Anna. Hört niemals auf für eure Überzeugungen zu kommen. Ja. Hallo. Das ist wenig besser als der Ruhestand. Trotz unserer Differenzen habe ich großen Respekt für ihre Arbeit. Frohe Festheiten. Anna. Wir dachten alle, du wärst tot. Na, ich musste ja zurückkommen. Es würde dich umbringen, wenn du nicht mehr ständig deine Nase in meine Angelegenheiten stecken könntest. Grumpy Kitten. Oh, haben wir im Gegner-Team. Interessant. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Angriff beginnt. Sieh. 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 Was? Was? Ach, Mann. Alte Soldaten sind hart im Leben. Eich. Er. Wöh. Töte. Wöh. Du bist wieder die. Töte. Aber. Wöh. Wöh. Hat du mir? Drei. Wöh. Töte. Töte. Das ist wichtig. Nein. Ich werde anbetriffen! Komm schon! Komm zu mir! Ich halte dich an! Hallo Kali? Keine Ahnung wie er heißt. Was das X bedeutet und... Ich weiß, dass ich ein schlechter Seam habe. Brauchst du mir jetzt nicht erzählen. Aber gut. Na komm! Okay. Von da aus machst du die Ulti, naja gut. Ach verdammt nochmal! Outsch! Autsch! Na komm, das nehmen wir noch rein. Ich bin verrunden. Easy. Schön. Da könnte ich noch eine Runde machen. Highlight des Spiels. Und der Mario war auch verdammt gut. Ja! Machen wir so oder? Keine Ahnung. Ja, da könnte ich noch eine Runde machen jetzt eigentlich. Ja, wobei, ne. Ich mache jetzt nur eine kurze Pause. Oh, ich habe gerade noch gemacht. Okay. Dafür, dass ich so wenig getroffen habe. Gut. Ja. Kurze Pause. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder. Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Hm. Hey. Mal sehen. Oh shit. Oh. Wir gehen darauf. Oh. 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 der bastion nervt weitere versuche erforderlich wir müssen ein bisschen jetzt mehr defenden und schauen wo unser team ist was machst du die 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 Das wird uns beschützt. Grüße. Das wird uns beschützt. Wir müssen irgendwie schauen, wie wir dann passieren. Ich habe jetzt gleich wieder meine O-T. Ja, ich bekomme den verdammten Postion nicht weg. Ja, das ist jetzt schon wieder viel zu spät eigentlich, dass ich das aber wechsle jetzt. Aber ich weiß jetzt nicht, wie wir am besten dann Postionen sonst wegbekommen. Okay. Ja, ich weiß nicht, wie wir es sind. Oh mein Gott. Nur ein zerstörter Omnik ist ein guter Omnik. Oh shit, 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 verdammt. Ja, der ist vielleicht auch nicht so schlau gewesen jetzt, aber nicht direkt vorhin nach Reinhardt sich zu stellen. Reinhardt, ey. Zu stark, ey. Wenn ich hier alleine stehe. Ja klar. Oh, okay. Das war jetzt am Ende noch, wo er mich bekommen hat. Und das Spiel entschieden wurde. So. Okay. So. Okay. So. Yeah. So. Unterwegs nach Havanna. Wie die jetzt anders spielen, oder was? Ich passe auf euch auf. Ich päppel dich wieder auf. Ich bin es leid zu waffen. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Denkt nur an den Ziel. Verschließt unseren Geist. Worauf warten wir nach? Ich glaube nicht nur, dass wir aus den Nookboxen ein neuen Skimbal kommen. Hör mir, was machst du? Ja, das war dumm und Senator. Ich werde auch nicht kippeln. Ich werde jetzt so weit vorne. Okay. Hör mir. Hör mir. Ich werde jetzt mal kämpfen, Mr. Arz. Deine Zeit ist doch nicht abgelaufen. Ach! Ich werde jetzt nicht. Ich werde jetzt nicht. Das war eine schnelle Genesung. Be Benedict zu kabel. Ich werde jetzt nicht auf der innen Sie geplant. Oh shit, okay. Das fällt auch nicht so schwer. Oh, das war schön. Ach, verdammt nochmal. Oder den Reaper wieder bei dem eigentlich? Oh gut. Ach, Dreck. Ich sterb gerade echt viel zu oft und dann kommt noch gar nichts mehr. Jai. Schade, ich kann nichts wiederbeleben. Das ist doch nicht das Ende. Nice. Haben wir gut gemacht. Auf jeden Fall das Creeper. Highlight des Spiels. Hahaha. Doppelkill. Loll. Kill assistance 30%. Ja gut. Gut. Cool. Ja gut. Vielen Dank. Oh, was nehme ich denn da jetzt im Wüsten? D.Va, komm, D.Va. D.Va, komm, D.Va, komm, D.Va, komm, D.Va. Hmm, 6 Marocker. Oh wow, ich hab das getroffen. Ob es mir das jetzt wert war? Ich nehme das Ziel ein, folgt mir! Mekka aktiviert! Ich bin sehr da! Oh Mann, geht ab, doch wird rückt! Hey! Jetzt hat der lieber hierbleiben! Hallo Alex, gegnerisch ist geschützt! Eine ganze Arme! Feindlich ist geschützt und beschützt ein Ressort! Keine Energie zu dem Grundschild! Oh shit! Aber ich habe meine O-Tier! Ah, dann wollen wir mal! Was? 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 Auf die Unleitung! Parketenschild hochgefahren! Gegnerisch ist geschützt! Die reißen wirkt! Scheiße! Ey, wo haben sie sich jetzt plötzlich alle versteckt, ey! Als hätten sie es gern, dass ich jetzt direkt mit der U-Tier komme! so schmutz so schmutz so schmutz ja die spielen gut zusammen verdammt nochmal ja das wird schwieriger jetzt noch irgendwie zu hören wenn die das jetzt eingenommen ja oh ja verdammt nochmal sorry Oh schön, wie süß Was macht der Genji da? Da auch nochmal mittendorf Wie bitte? Oh der fuck Jetzt habe ich Goldschaden, was ist das? Oh da ist Wasser, lol, habe ich gar nicht gewusst Ey, das ist ein Witz, oder? Was macht die Erche zur Hölle da? Was macht die Erche? Ah, wir erreichen gar nichts gerade Weil wir unfähige Teammates bekommen Ach verdammt nochmal Naja schade Irgendwie verkackt Die haben aber gut zurückgeschlagen jetzt Ja bestimmt So ein Schmutzer wirklich Mal sehen, wie lange ich es noch mache Hat hier ein Winterspruch? Für dich, für dich nichts als Guck die Gabe des Wissens Ah ja, drei Schutze sogar Ne, vier Warum habe ich den Spruch gar nicht ausgerüstet? Müsste ich machen eigentlich mal Müsste ich machen eigentlich mal So was dürfen wir jetzt spielen Support wieder Aber immer schön abwechselnd Wie das aussieht Jetzt habe ich den Spruch nicht Ja, gut Die Wissenschaft bringt die Wahrheit ans Licht Grüße Ja, 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 ja Du hast da was auf dem Kleid Unsinn Da ist nichts Angriff Phase beginnt in 30 Sekunden Ok Sakura, was Sakura Bohnen Oh, beginnere Generationsverfahren. Ja, das soll uns egal sein eigentlich. Willkommen Metaversa. Oh, shit. Das ist mein Wille. Barrierebereit. Ich rekonstruiere ihn. Barriere biotische Sphäre. Ihr Schall regt sich hier etwas widerstand. Dann rollen wir mal den roten Püppich. Drei-fach-Kill. Vier-fach-Kill. Nice. Schilder aktiviert. Bestattet mir einige Korrekturen. Oh! Ach. Oh! Oh! Ah! Oh! Woh! Baby alive! Oh! 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 Ich bin brandgefährlich, das ist ein fähres Spiel. Oh shit, ja das war richtig gut gerade. Ich bin noch nicht tot. Ich hoffe. Ich bin noch nicht tot. Die Entschlossenheit brennt in mir. Ich bin noch nicht tot. Die Fracht muss zu ihrem Ziel gebracht werden. Wir haben aber noch über 4 Minuten Zeit. Wir haben alle verrückt geworfen. Ich bin noch nicht tot. Ich bin noch nicht tot. Ich werde angegriffen. Das wird heute regenerieren. Raffi, regenerieren dich. Ich lebe bei einem Wald, ich wüsste schon, ich wüsste schon, ich wüsste schon, ich wüsste schon, oh lol. Das ist mein Willen. Beugt euch meinem Willen. Generiere biotische Späne. Ich dulde niemanden, der sich gegen den Kopf strammelt. Das ist eure gerechte Strafe. Ach, verdammt nochmal. Ja, das war jetzt mein Fehler. Weil ich mit meinem Schanzkugel nicht richtig getroffen habe. Das ist 4 Gold und Schadensilber. Läuft. Was ist das für eine Melodie? Spielt die alle Geruhe. Ich habe meine APS an den Sieben. Das ist mein Willen. Easy. Okay, am Ende doch nur 3 Golds und zwar selber. Ist aber auch gut. LUCARIO-KIT? Cool. Führungsrolle bekommen. Schön. Ja, komm. Das ist aber gut jetzt. Wenn, 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 dann jemand mit? Ne. Sieht nicht dann auch aus. Okay, 3 Silber und 2 Gold. Naja. Egal. Okay. Merry Christmas. Aus. Ja. Merry Christmas. Die Gabe des Wissens. Okay. Jetzt haben wir deinen Spruch ausgerüstet. Auch wenn es jetzt wieder vorbei ist morgen. Äh, das Event. Egal. Oh, wir sind schon wieder bei Anglauch von Support. Himmelfahrt. Was, wenn wir in Himmelfahrt spielen? Spielen wir wieder morgen? Pfff, nee. Ich würde jetzt tatsächlich anders spielen, ey. Bei Uri Sepp und, ähm, Reinhardt. Gute Idee. Was? Was? Shit. Shit. Shit Schnellen Was? Ach Gott, ich hasse meinen AIM. Der war direkt hinter mir, habe ich gar nicht bemerkt. Ich bin noch nicht bereit, das hier aufzugeben. Hat niemand getroffen, ja klar. Ja. Ich begreife die Wachen, halten wir sie in Bewegung. Nimm schön deine Wäsche. Sagt euch besser in die Wäsche, mir regnet uns gleich blauer Boden. Keine Sorgen, Freunde, ich bin ein. Was für seine Aufgabe? Ja, aber... Ich bin die Wäsche, wir sehen uns vorbei! Verhaltet die Barriere in mir! Ich muss gerade die Wäsche! Geht hinter mir in Wäsche! Die Fracht ist gesichert. Vorrücken! Tut mir leid. Nun gut. Was ist denn gerade auf Kogel gegangen? Loll! Na, ich habe hier gleich wieder meine Ute. Ich bin teuer! Ja, ich bin teuer! Ich habe hier mal ! Ich bin teuer! Ich habe hier... Ich habe hier ein Schlimmeres gesehen. Du wirst das überlegen! Immer fest! Du! Aaaaaaaah! Oh man. Boah! So meine meine vorstellung! So meine ich jetzt bin ich geliefert. Ich bin nämlich. Oh Mann. nicht aus und keinen Mucks mehr das sollte ich lassen wir sie staubfressen ist er jocke aufsammt Reinhard sammelt euch auf meiner Position naja ich bin sicher vorrückter Arbeit ich hab ein Auto wir haben ihn doch nicht abgesehen keinem platziert na Junge ich zerstör gerade alles ok ich hab selber Eliminierung ich steh unter Päuten wo denn? Ich bin nicht zu bremsen. Okay, aber nicht zu schauen. Wie habe ich das überlebt, ey? Machen wir auch elf Spiele. Naja, da ist Schluss jetzt. Dachtet ihr das wäre so einfach? Der coole. Oh, Entschuldigung. Was? Okay. Schnell, hinter meinem Schild. Nein! Lisa Finnes, Lasse mach mich um. Da reicht wieder. Los, ich kettel dich für dich. Komm, wir brauchen lieber Sulte. Schmutz, ey. Jetzt hauen die uns ein bisschen zurück, ey. Was ist das für eine Melodie? Ich bin noch nicht bereit, das hier aufzugehen. Oh, das ist das Schöne. Nein! Ergeben Sie sich? Ich zeige mich hier. Wenn das hier ist, wird was. Du bist so lange keine Kanzer nach. Spürt die reißende Kraft! Wie, wie auf dem Jahr am Tag. Oh, ich stehe unter Feuer. Rückspricht. Nice Nice Ah, das war sehr gut Ja, jetzt am Ende, oder? Das ist uns echt noch gerade die Runde gerettet Ja Wow, Zielfortschrittzeit habe ich die meisten Gut Äh, will noch jemand Soviel Schön Drei Gold und eine Bronze Okay No Gut Machen wir den Übungsgriff vielleicht In der Wartezeit Hört niemals auf für eure Überzeugung Issa Jokum Seid gegrüßt Schöne Runde auf jeden Fall Sind wir gerade Ist denn keiner da? Doch Okay Das Gegner-Team ist jetzt irgendwie voller Aber nur zwei Leute Okay, drei Leute haben jetzt was Ach so Mutter weiß es eben an Tahiya Askeria Oh, Entschuldigung Na ja, da haben wir eh schon wieder was Cool Das ging ja jetzt doch schnell Oh, jetzt dürfen wir tanken spielen, oder? Okay Oder ne, können wir spielen noch besser? Ach, hat der andere Tode auch gerade von Torbjörn gespielt? Oh, da hatten wir ein Turbinell, wir hatten einen Reaper Das ist ne gute Stelle, oder? Ich bin programmiert, Gewalt zu vermeiden Das war eine Ausnahme Oder, ja Bitte bleiben Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit Hinter der Bank Nee, war doch keine gute Idee, jetzt da zu stehen Ich bitte um Verzeihung System Neustart initialisiert Oh, ja, mit Pistion, oder? Ciao Besten Dank Hallo Ouch Nichts Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzt habe, aber ich habe mich nicht verletzt. Was machst du jetzt? Oh nein, der hat den noch bekommen. Ach shit, das war dumm von mir, auch sehr schön von unserer Diva, bis jetzt halten wir es muss sehr gut. Scheiße. Wow, okay, nur weil wir jetzt den Zielpunkt verloren haben. Brigitte meldet sich zum Dienst. Okay. Nee, kaum keine Chance. Die Gerechtigkeit wird genüge getan werden. Die Gerechtigkeit wird genüge. Die Macht der Zerstörung. So, jetzt aber. Ja. Die Sache ist noch nicht gegessen. Hä, schaffe ich das? Nee, okay, ich dachte das würde klappen. Naja. Schade. Mikolasus. Ach, Mann. Ach, der Schande. Gut, aber wir haben die so weit zurückgedrängt, dass wir jetzt gewonnen haben. Ah, schön. Natürlich, wer denn sonst? Ja, nein. Das war los. Ja, das wird los. Wir gehen jetzt weiter. Wenn wir mitmachen, schön, sind wir wieder komplett, äh, mit vier Leuten. Viermal Bronze, okay, ist in Ordnung. Okay, dann sind wir doch nur drei Leute, na gut. Okay, dann kann ich als Einziger nur Support spielen. Ja gut. Willkommen in Paris. Gerechtigkeit, vollstreckt sich nicht von allein. Ah, Moment zum Reise auch, na gut, äh, Idee. Man kann alles hacken, und jeden. Ausatmen. Disculpa. Hola. Bis später. Feliz Navidad. 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 Soldier 76. Willse dein guter Stil. Feliz Navidad. Was ist das? Das ist, äh, macht sie zweimal, oder? Okay, äh, das singt sie wirklich zweimal. Interessant. Ich dachte kurz wirklich, dass die anderen da noch das mitmachen und, äh, auch, äh, den Spruch machen. Wie glaubst du, das war nur ich jetzt gerade? Und wir spielen Tank. Und zum Daumengriff. Ja, keine Ahnung. Symmetra spielt die, äh, spielt der Herz. Okay. Gemeinsam sind wir stark. Es geht doch nicht für einen guten Kampf. Ich grüße euch. Grüße. Das soll ein Winter sein. Okay. Ohne Fleiß. Kein Preis. Fünf. Ohne Fleiß. Nehmen Sie den Zielpunkt ein. Okay, mal schauen. Für die Heimat. Äh, Ranaut. Hallo. Was ist mit dir? Ich bin noch stärker. Vielen Dank. Wir verrieren, die öfische Barriere erziehen. Geh weiter. Hallo. Ich bin noch stärker. Vielen Dank. Oh, shit, 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 shit. Okay. Ah, die machen wir schon als Geducht. Vielleicht sollten wir von der Seite kommen. Ah, komm her, Ranaut. Schmutz, ey. Schmutz, ey. Schaumschütze! Wenn ihr jetzt noch mal rein! Oh my god! Hey! Just so! Hmm! Ich bin ja auch nicht so! Die Realität der Horde meinem Willen! Oh! Mein Schilder! Ja! 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 Immer fest mit GUR! Spür die Reise zu der GUR! Schmutz! Einmal kein Streck! Endlich! Komm! 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 Gute! Das hat uns ein bisschen zu lange gedauert! Du gibst das Spiel! Ich stoße diese Sack um. Schmutz! Schmutz Ich bin hier alleine, na gut, das werden wir, denke ich, nicht mehr schaffen, die Runde Ja, am Schlafen wäre es auch nicht gewesen, jetzt gleich zu, äh, Ding zu wechseln, zu Wreck'n'Ball Ach, Schmutz Oder wen wir jetzt sehen, mal, I don't know Ich wünschte, ich könnte jetzt klettern gehen Großartig Auf Partys werde ich immer gefragt, was Fluchtgeschwindigkeit ist 5, 4, 3, 2, 1, Runde 2 Nehmen Sie den Zielpunkt ein So, mal schauen, ob wir mit Sigma besser spielen Ach, da ist das Büro Haben wir das nicht schon einmal gemacht? Reindach Ne, komm, das kann nicht sein Nein, wir, äh, wir brauchen Reinhard Ohne Reinhard wird das nichts Der Gerechtigkeit wird Genüge getan werden Oh, shit, ich, I need life, ey Was war das jetzt? Aber die haben jetzt einen Supporter verloren Äh, vielleicht kann man jetzt ein bisschen, ähm, reinpushen Oder ich komme von hinten Äh, ich bin wieder da was ok scheiße jetzt muss ich meine Uchi loswerden aber schnell bevor die dann den Punkt wieder eine um die zurückzuschauen ja die sind wieder zu treten Punkt nope ich bin euer To hallo 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 scheiße ja ich habe gleich wieder meine Uchi ja das ist schlimm ja genau klar nicht dagegen Ich stau mich nicht so an, wenn dir deine Augen... Egal, du könnten wir vielleicht noch schaffen mit. Na, das ist schon eine Schapamorega. Hallo, mein Ultimat ist gleich so weit. Gegner, aufzumachen! Ich bin für mich in Deckung. Immer fest, wenn du ruf! Oh, wow. Ich bin für mich in Deckung. Nice, das war jetzt gut. Schön zurückgeschlagen. Gut abgewehrt. 1 zu 1. Ah, 20 Eliminierung geholt. Okay. Okay. Wie ich euch Hacker hasse. Wir Könner werden immer mit euch in einen Topf geworfen. Ist es schon klar, dass das nicht die Art Hacken ist, die ich betreibe? Was? Was? Hilfe? Ja, komm weit insấp sempre! Shit1 Ja, jetzt hab' ich sogar Goldschaden, krass. Mein Ultimate lädt sich noch auf! Ach verdammt nochmal! Oh man! Okay, das war dumm gerade! Ja gut, ey! Jetzt kommen wir gar nicht zum Punkt, ey! Das ist, äh, die sind dann nur der größte Grad, ne? Volle Kraft voraus! Versuch's jetzt mit nem Hamster! Mein Ultimate lädt noch auf! Ach verdammt nochmal! Wo haben die jetzt denn... Na wobei, die hatten schon... Haben doch... Bei Dummwurst hatten die schon von Anfang an! Ach, jetzt gibt es eine Abkühlung! Ach, jetzt gibt es eine Abkühlung! Ach, das ist jetzt richtig problematisch gerade! Oh man, ne! Geil! Heilige Scheiße, wie die mich auseinanden! Oh man, ne! Krass! Haben wir leider verloren! Schade! Wann so gut einfach gerade! Wann so gut einfach gerade! Einfaches! Einfaches Sache! Zusammenspieler! Na ja! Gut! Tiefe Trittzeit! Gut! Schadeneliminierung selber! Na ja! Gut! Sie betreten jetzt Hanamura. Meine Show, meine Regeln. Man kann alles hacken. Und jeden. Ich bin sofort wieder da. Bis später. Na, wo sind die denn? Na, wo sind die denn? Grüße. Ich kann auch artig sein. Ich kann auch artig sein. Schafe. Leck dich mit den Besten an und du stirbst wie alle dann. Sombra online. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Das tut mir leid. Und schon sind alle plötzlich weg. Nichts. Nichts. Ich warte mal, nicht. Ich weggebruist. Du warte mal. Sei dran. Hier bin ich. Oh, der Schneemann ist tot. Was ist das gerade? Hätten wir lieber Deathmunch gemacht. Ich kann auch artig sein, das könnte später mitzlichen. Egal, wir haben hier was gefunden, schön. Läufts. Und jetzt dürfen wir wieder Support spielen. Sidespeed, ah ja, schon wieder halb 6 Uhr. Jetzt haben wir einen entscheidenden Tor für das Gegner. Wir dachten alle, du wärst tot. Na, ich musste ja zurückkommen. Es würde dich umbringen, wenn du nicht mehr ständig deine Nase in meine Angelegenheiten stecken könntest. Alle Systeme funktionspflichtig. Ich bin bereit zum Kampf. Was, 2? 2. 2. 1. Angreifer nähern sich. Verteidigen Sie Zielpunkt 1. Das ist wesentlich besser als der Ruhrstelle. Frohe Festtagen. Ich habe den Feind gefunden. Von raus und stellen euch. Hallo. Lassen wir etwas dampflich aus. Ich habe noch ein Schlimmeres gesehen. Du rufst es über dich. Donnen wir etwas verd HQ herum. 3. Was? 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 Schönen Wir sind in der fucking Bastion Meint ihr, so könnt ihr gewinnen, wenn ihr einfach da kämmt mit einer Bastion? Ihr müsst zum Ziel punkten Nanoboost, bereit zur Injektion Anahaku, Delimine Leistung verstarb, greif an Du Lassm für die Proceder Rein und Korrekt 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 Scheiße, tut mir leid Gott, ich hasse mein Leben Kommst du? Du Jetzt Verschreiß Natürlich, da ist ein Bastion, ey Was macht der Dude? Zoller Noch 60 Sekunden Zoller Ja, der ist rausgegangen, ey Zoller 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 riv Ich bin bereit, das hier aufzuhören. Ich empfehle mich. Ich hab ein Auge auf. Ich stehe unter Strom. Mehr Strom als gewünscht. Das sollte helfen. Wie soll Jungen finden? Keine Umflanzierung. Die Gegner sind nicht. Lass uns etwas dampf. Ich hätte nichts gegeben. Ich hab doch den Weg. Nein, meiner haben wir immer zu leben. Dann holen wir mal den Rumpf und helfen mir aus. Wow. Ah, meine Güter. Gut. Ja, verloren. Oh, shit. Na, wer denn auch sonst? Ja, keine Ahnung. Jetzt haben wir eigentlich alle nur verloren gerade. Nee, okay, lassen wir. Okay, das ist Schmutz. Ja gut, nee, dann können wir das. Egal. Egal. Dann warten wir jetzt einfach ab. Nix mal die paar Sekunden. Okay. Müssen die noch Luftboxen aufmachen, oder was ist das? Wollen die nicht mehr, oder was? Dann sollten die rausgehen. Will Mami, Milka, oder... Was ist der? Das ist wirklich so okay. Okay. Abkunft in King's Rome Ne komm, Hansa Jeder Tod bedeutet Ehre Ehre, schaut mit den Augen des Herrn Jetzt mal zwei Osambras ausgeschaltet Gut, und dann trefft mich eine, äh, Ulti von einem anderen Hansa Interessant Ziele erfassen Ziele erfassen Ist schon ein bisschen ärgerlich, oder? Jetzt Der Drache sieht euch Wow Ich muss meinen Namen reinwaschen Willkommen in meinem Dojo Ne, komm, ich mach jetzt anders Ich mach's am Rosterer und jetzt gleich Seh, was uns nicht wahr ist Ups Besitz Besitz Okay Was? How the fuck, warum hab ich keinen Cyan gemacht? Wurde, besan die nuevo. Zeit abzuhauen. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, hola. Halla. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Regel Nummer 1, die erste kann up Regel Nummer 1. Okay, wir haben ja nicht was gefunden Oh, Visit World, okay Ich spiele erst drei Stunden, oh, fast, ne, okay Support Was haben wir da? Nichts interessantes, okay Ja, haben es mäßig Gefechtsvorbereitungsroutine gestärkt Die Feilung, die Optimierung läuft LRDL, Neslamin, Angriffsphase, in 30 Sekunden Frohe Festtage Ich glaube, du täuscht dich Ach, der spielt jetzt so interessant Na gut Ich hasse meine M mittlerweile Ach, der spielt jetzt so Shit Gott, das kann doch nicht sein, hey, jetzt mal ohne Witz. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Heilige Scheiße, wie die uns das so direkt am Anfang vom Spawnbereich festhalten können. Das ist so viel aufregender als eine Krabana. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Leistung verstanden! Gart ich hasse meinen Elm. Der Ruhestand war sowieso nichts für mich. Ich bin gerade irgendwie aktuellem nichts zu machen. So ein Schmutz. Der Gegnerhahn so. Eieiei. Oh Mann, sie hat mich gesehen. Schade. Eine Winter-Skin für ihn habe ich auch noch nichts. Ja, da wurden wir jetzt leider zerstört. Ja, wir kommen überhaupt nicht weiter. Ja, das war jetzt am Ende, okay. Ja, die hatten ja von Anfang an das hier. Ja, dachte ich mir schon, dass er jetzt rausgeht. Später ist es jetzt 18 Uhr fast. Ja, ich glaube, wir machen jetzt nur noch bis 18 Uhr oder so. Und dann, ja. Bin mir unsicher, ob ich später nochmal live komme heute. Ansonsten morgen. Naja, jetzt finden wir wieder schneller was. Das ist ja nice. Und dann, ja. Wollen Sie sich bereit zu machen. Machen Sie sich bereit zum Andriff. Wählen Sie Ihren Helden. Hört nicht. Weeper, ah ja. Das ist ein Nativer und Soldier sehe ich da. Ist das ein Nachfall gewesen? Eskortieren Sie die Pracht zu Ihrem Ziel. Hey, genau das habe ich befürchtet jetzt gerade. Ich habe mich von Schlimmerem erholt. 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 Ich stehe unter Feuer. Autsch! Ach das Ding wurde doch wahrscheinlich auch nochmal verstärkt. LOL Weiß ich gar nicht, das ist auch bei Junkrat. Ähm... Ist nochmal verdoppelt die Stärke. Ach der Meiner geht da. Mach gerade irgendwie zu wenig Hader. Dachtet ihr das wäre so einfach? Das sollte helfen. Ich hab schon schon... Leistung verstärkt, greif an! Ich fühle mich unaufhaltbar! Ich hab ein Auge auf! Ach du meine Götter! Aber wir haben Lucky Hands auf unserer Seite sehe ich gerade. Ich hab ein Auge auf unserer Seite gesehen. 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 Ich hab ein Auge auf unserer Seite gesehen gesehen. Ach, Dreck. Wir müssen zu Dach vorgehen. Ja, okay, der hat mich gesehen. Ich hab ein Auge auf unserer Seite gesehen. Ich hab ein Auge auf unserer Seite gesehen. Ich hab ein Auge auf unserer Seite gesehen. Das wäre die erste Seite gesehen. Ich weiß nicht, ob ich es nicht wäre. Ich hab ein Auge auf unserer Seite gesehen. Ich hab ein Auge auf unserer Seite gesehen. Aber ich bin da oben ist. Ich hab ein Auge auf unserer Seite gesehen. Ich verliere Fuse. Ich bin da oben. Ich kann da oben Videos abieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh shit What? Jetzt läuft's jetzt? Okay Ja, sollten wir noch schaffen, irgendwie Oh Nein, 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 nein Ach verdammt nochmal So leicht werdet ihr mich nicht los Ich bin first Ey, wie viel willst du daneben schießen? Ja Wahnsinn, ey Oh 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 Verdammt nochmal Ach Ach Ach, zu Schane Äh Äh Ach 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 Na verdammt nochmal Ja, das sieht scheiße aus, wenn wir verlieren Ey, wie oft bin ich jetzt schon verreckt, der von meinen Augen glaube ich Ich bin nach Hause gemacht Los geht's, lasst uns gemeinsam was leisten Die Frachtwehr sind reduziert Wieder bald zu jung Held hoch hoch Sieg Oh, wir haben noch gewonnen, wow Okay Highlight des Spiels Nerv, wer ist das? Ja, klar So, ich muss jetzt echt mal übersetzen Meine Browser, eine Gold Äh, ne, eine Browser, eine Silber Was rät ich da da für neust Na gut Ein Level Up können wir auf jeden Fall noch machen Aber ja, jetzt erstmal ne Pause Tarnung ey, das ist ein Winter Notebox ey Wieso gerade dieses Skin von Baptiste Warum nicht der neue Skin Ja, I don't know Okay Das hätte man auch aus seiner stinknormalen Notebox bekommen können, ne Muss unbedingt in einem Winter Notebox drin sein Ja, gut Ja, ich glaube auch nicht, dass wir noch, äh, den Skin für Baptiste bekommen, aber Ich werde mir trotzdem jetzt schon den Schlitten holen und den Schneemann Schade um den Snowboarder Skin für Baptiste, aber das bekommen wir nicht, weil wir aus den Helden, äh, aus den Winter Noteboxen Skins aus, äh, ganz normale Skins bekommen, die wir auch aus normalen Noteboxen bekommen würden, hätten, können, naja Was würden wir machen Was würden wir machen Was fällt mir bei ihr noch? 3 Skins 4 Skins 4 Skins Naja Oh, das tut mir halt, Leute Achso Interessant Ja, ich geh jetzt erstmal auf, Leute Ich geh später nochmal für 2-3 Stunden online, ich weiß halt Aber sonst was das Wörter und wir machen dann morgen noch weiter Um noch irgendwelche Credits zu machen oder so, oder Loopboxen, mal schauen Äh, komm ich später nicht mehr online, dann ja So, wir haben auch schon schönen Donnerstag Und bis zum nächsten Mal oder so Ja, das geht ja jetzt noch bis morgen um 20 Uhr Der Event Naja, bis dann Oder bis später Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal